recht herzlich willkommen zur 254 folge von towns ja der hält der zieht hier gerade noch ein paar raus aber da oben der ist da in den vorraum gegangen okay das heißt hier gibt es gerade noch einen kampf aber den witter wohl hinkriegen würde ich mal sagen naja da geschafft ja dann kommen wir noch nach irgendwo wird gerade abgebaut ist jetzt gerade nicht so erfolgreich wenn der der da gerade abbaut diesen leuten in die quere kommen ja ich weiß jetzt aber auch nicht wo er ist ich verfolgte jetzt mal hier die die letzte runde da hochgegangen sind die sind wahrscheinlich auch schon die haben oben aufgeräumt wir hatten 15 es sind nur noch acht das war jetzt nicht so positiv was da oben wohl passiert ist mit den vier ich glaube es waren vier die da hochgegangen sind das sieht gar gar nicht gerade gut aus und er hier ist glücklich da vorbei gekommen wo sind sie denn jetzt da ja hier sind sie noch nicht vorbei da kommen sie okay und jetzt in seiner oberfläche und da ist ein held und der held hält sie auf oder nicht ich glaube der ist dann gleich erledigt der held so wie das aussieht er hat noch einen mitgenommen und da war der held auch erledigt genau sieben noch irgendwo ein hat erwischt okay die wohnen jetzt hier oder wie sehe ich das okay er ist da oben am essen der held geht aber doch geht hier hin und räumt jetzt hier auf oder näher geht in sein gemach aber wird verfolgt und während er am schlafen ist wird auch gerade mal umgenietet das war jetzt nicht so prickelnd ja das heißt wir haben nur noch einen helden da und der ist wo guck mal mach der ist oben am schlafen ok jetzt mal gucken wenn er ausgeschlafen hat er geht ja hier dann runter dann müsste er an den anderen vorbei ok da ist einer rausgegangen der wacht sich weiter vor ok jetzt geht's was ok 1 2 1 das könnte positiv für den helden ausgehen oder ja ja gut wo geht er denn dann hin ja ne doch nicht ach der hat sich was zu essen geholt ok hier sind jetzt noch zwei ne der höhlentroll und das hier ist ein lustiger ogre oder was wir haben hier noch einen händler ach so ok der kriegt noch 15 blaue schleime ok der held ist jetzt da der geht wieder hoch gucken ob er da in die räume rein guckt ok die gehen wieder mit haben ihn gesehen und verfolgen ihn und sind hier am kämpfen weiß nicht was das hier für einer ist ein sneaky ghoul der ist aber nicht dabei gewesen der war ja nicht der ober und da hat es den helden erwischt ok ja das bedeutet wenn jetzt hier einer noch vorbeikommt der ein bergmann wäre dann ja das jetzt nicht so gut das lassen wir mal gucken ja komm komm erst mal da rein ob sie überhaupt welche gibt ne der gibt gar keinen weil der ist schon da unten gestorben ja ich bin jetzt nicht so ganz so sicher was wir hier mit denen machen na truppe südwest und truppe ok ich glaube wir machen truppe südwest lösen wir mal auf das band group ach so jetzt haben wir den ja dann geben wir denen jetzt die südwest geschichte mit dann sind hier einer mehr sind also sieben und ich würde jetzt schon sagen weil irgendwie sind die karten gerade schlecht gemischt wir müssten halt wo sind die jetzt hier sind die wir müssen es aufräumen rename the group guard group patrol point ich würde jetzt erstmal sagen das war hier den patrol point hier entsetzen gerade einmal und das machen wir da nochmal dann reisen die hier hin und her wir müssen mal gucken wie viel es gleich sind jetzt ist noch die frage haben die hier oben noch patrouillen punkte hier irgendwo die waren eigentlich hier eingesetzt ne da ist zum beispiel einer remove patrouillen truck südwest ok und hier war irgendwo eigentlich auch noch einer ohne sehe ich aber jetzt keinen wohl doch nicht der erntet gerade ne hier gibt es gerade keinen punkt so das bedeutet wir gehen hier wieder runter und gucken als niemand an den patrol points wo laufen die denn dann lang wo sind die überhaupt die schlafen gerade da in der barack der ist wohl die laufen gerade alle rum der schläft auch ok der geht gerade runter da war aber schon einer hier ok die laufen da gerade zum glück dran vorbei ok wo läuft er denn jetzt hin hat er sich jetzt noch eine waffe geholt oder sowas oder was hat er gerade gemacht ja ich glaube wir sind jetzt hier erstmal wo ist denn jetzt der ghoul hin der war doch hier eben ne war hier nicht eben wohl da unten ist er ja komm hat keinen sinn truppe südwest macht hier neuen standort auf ne gucken was da geht müssen ja einer am anderen hier mal platt machen jetzt ok der läuft nach unten guck mal da ist noch einer und wir haben gerade neue leute gekäucht die werden wir mal gleich zum ausrüsten schicken auch wenn das risiko gerade besteht dass die irgendwo nebenher laufen ah da kommt ein zweiter dann hat er eine chance da kommt auch schon der dritte ok den haben wir außer gefecht gesetzt dann würde ich jetzt sagen wir machen hier den nächsten punkt hin truppe südwest und den hier wir move'n wir mal gerade sie dahin laufen ne er geht noch zum alten punkt der nicht mehr da ist und er geht zum neuen wir wollen hoffen dass jetzt einer kommt während er den hier gleich angreift aber die sind ja hier so topovic oder toponovic sind ja wohl jetzt nicht so krass oder so von den dreien haben aber schon eine person helmen ok da kommt wieder ein patrouillen punkt man da kommt jetzt weiter aber der hier flieht gerade sozusagen so da sind zwei das klappt dann ok und hier war irgendwo der geist der jetzt nicht mehr da ist hat den wer anders erledigt oder ist die treppe rauf runter gegangen ok weiß ich nicht hier ist jetzt auch keiner mehr oder hat er sich irgendwo hin bewegt wo ich ihn nicht mehr sehe ich glaube das ist auch schon erledigt ok jetzt haben wir hier noch zwei drei leute da oben auch noch hier sieht es gerade richtig herbe aus der hat ihn auf sich gezogen glaube ich ja da geht es jetzt rund ist die frage ob er das schafft vielleicht sollten wir doch hier ein ding ins punkt schnell setzen dass da unterstützung kommt ja der hat es leider nicht mehr geschafft die truppen müssen hier hin ja da kommt er da raus ist an diesen petrol point den machen wir mal lieber doch wieder weg da und der andere ist hier wichtig der greift den da an da kommen zum glück die anderen jetzt müssten die da nur helfen das tun sie leider nicht laufen vorbei aber der hilft wenigstens ok dann müsste das ja klappen oder ok und jetzt hier bitte den höhlen troll noch einmal nehmen dann machen wir aber den petrol point weg und ja ist die frage wann sie kommen ne dann kommen wir dann machen wir die auch weg jetzt müssen wir hier hin kommen die truppe südwest wird das jetzt wohl machen hier sind ja immer noch die sieben leute ne die können das ja wohl jetzt müssen wir nur irgendwie hinkommen ne sind elf leute wenigstens gestorben oder und den höhlen troll den sollte man ja wohl schaffen oder wenn dann mal einer kommt ich hoffe es kommen auch ein paar mehr einer ok der ist jetzt dran ok das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus der ist wohl doch ein guter kämpfer den wir da gerade haben und er hat ihn erschafft unsere sieben soldaten sind was wert ja das heißt diesen patrouillen punkt den können wir wieder weg machen und schauen wo noch einer ist ja wahrscheinlich dann auf 19 ne was war da einer ne das sah nur so aus beim vorbeigehen so da sind wir ja jetzt müssen wir mal gucken wo wir hin müssen da ist noch ein patrouillen punkt wenn wo waren denn hier war noch irgendwelche in den kammern oder ne das wohl auch schon hier erledigt ne ne doch nicht hier sind noch welche sind auch gerade zwei leute dazugekommen hier machen wir erstmal einen patrouillen punkt hin und die sollen erstmal hier wieder was anziehen und da ist auch eine spider queen und der hier ist ein rare tiger so patrouillen punkt ist gesetzt truppe kommt aber noch nicht da ist die treppe da kam der erste schauen wir mal wie er sich schlecht so auf geht's der hat nicht so lange gehalten da kommt der nächste schauen wir uns auch an ne der geht woanders hin oh da oben sind zwei geister die frage wo der gerade geblieben ist da kommt wieder jemand aber ich glaube das ist ein gut ausgerüsteter ne ne doch nicht dieser rare tiger der ist schon kein schlechter ne damage 2354 ok wie gesund ist denn der noch ok 4934 gucken was passiert wäre schön wenn noch einer kommt aber jetzt wird er angreifen da kommt auch noch einer aber das ist zu spät ich glaube gegen den haben unsere helden auch unsere soldaten auch keine chance und der hier ist sowieso gerade hungrig und deswegen kämpft er auch nicht gut ok ist das einer oder sind es zwei ist das einer aber wir werden das jetzt hier ausstehen das hat ja so keinen sinn irgendwer muss den ja mal die witten lesen aber wahrscheinlich nicht unsere helden 3500 ne ah er hat ihn geschafft gut jetzt haben wir hier noch eine spinne wie stark ist die auch die geht da ist nix dran ne das bedeutet wir machen den petrol point weg und setzen hier mal gerade einen hin für die zwei leute der südwest truppe da sind jetzt ok er ist voll ausgerüstet den machen wir jetzt mal zum bergmann wieder träger haben wir keinen das heißt diese person wird zum träger werden wenn sie dann soweit ist ja happiness 5 und wir benötigen 20 ok da fehlen noch drei sachen die beiden sind wo einmal es ist ein angriff und da sind vier oder fünf von denen ok äh weiter ja die sind jetzt nicht so wild ne er ist hier noch am pennen oder was ja weiter ausrüsten ich klicke da vielleicht nochmal besser drauf so hier wer ist das hier jasmin effects fire resist fire da kommen jetzt hier die fünf diebe weil die klauen nur was und dann sind sie auch weg ne eigentlich oder im apfel geklaut was solls und bieren nix wildes lasst sie laufen ja da hinterher laufen lohnt schon gar nicht ach da sind noch zwei aber naja die haben irgendwas anderes geklaut wolle oder was ist das zucker ich glaub das war zucker aber naja da lohnt es nicht hinterher zu laufen mein guter die sind schon weg du bist auch müde er sollte schlafen gehen so da ist das geklärt ne ja ok ich würde aber sagen wir machen erst hier wieder einen cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt ihr einen daumen hoch und äh macht euch die glocke an damit ihr das nächste video was ich hoch leider dann nicht verpasst alles klar bis dann tschüss bis dann 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 bis dann